Hallihallo Hallöle und herzlich Willkommen zu ExoSockday Fallout 4 Hier mit der Maya Müller am Start und der freundlich Fashion Piper Ja, wir sind hier gerade dabei die coolen Ghule zu machen Ja, coole, 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 coole Genau, jedenfalls sind sie cool und ghoul Wir sind so ghoul, da klubst du gar nicht Vor allen Dingen, sie kraucht die ganze Zeit Und wenn sie zuhaut, ist sie nicht mehr im krauchenden Modus Das ist irritierend Da haben wir noch ein Save Verbessertes Endingsen Ja, wir sind immer noch nicht verbessert Wir sind immer noch Maya Müller Ein verbessertes Safe-Knacken hat sie immer noch nicht drauf Joa, manche Dinge sind so wie sie sind Da ist ein Löffel drin, den nehmen wir mal mit Den wollen wir nicht abgeben, den Löffel So wie die junge Dame hier Die hatte den mal abgegeben Hat sie den mal behalten hat Nee Aber so ist das manchmal So hat sie so gedacht Ja, wenn ich den Löffel abgebe Dann mache ich ganz toll Diät Naja, hat sie auch geschafft Das sieht so scheiße aus, ne? Wenn man nur noch Knochen isst Das ist schon blöd Naja Also an einer Frau darf schon ein bisschen was dran sein Es ist sogar durchaus sinnvoll, dass da was dran ist Also junge Damen, falls ihr also ein bisschen jünger seid Und mit den Gedanken hegt, dass ihr immer zu dick wäret Sagen wir mal so In den meisten Fällen ist es nicht so Oh, technisches Dokument Meistens ist es nur diktiert durch den Schönheitswahn Und da solltet ihr euch wirklich nicht zwischenreden lassen Lasst ruhig etwas auf den Knochen drauf Hat nämlich nicht nur einen ästhetischen Aspekt Weil wirklich so ein mageres Gestell ist halt auch optisch nicht wirklich ansprechend Sind wir mal ganz ehrlich Und die andere Sache ist halt Dass es auch nicht gesundheitlich gut ist Also es macht durchaus Sinn Wenn man was auf den Knochen hat Nicht Tür schließen Ich wollte die aufmachen Tür schließen Ist entriegelt Muss ich nicht verstehen Es ist jetzt zu Okay nochmal Ja, also wie gesagt Es ist gesundheitlich Von Vorteil Wenn man was auf den Knochen hat Ganz einfach Außerdem ist er zum Kuscheln viel schöner Wenn man nur auf den Knochen streichelt Das ist nicht schön Das ist ein bisschen nekrophil Dann kann man gleich einen Skelett nehmen Die einzigen Knochen, die ich mag Sind die auf ein Rippchen Wenn man schön ein Rippchen isst Oder so schön vom Hündchen Da darf mal Knochen dran sein Aber die streichle ich auch nicht Die habe ich nicht lieb Da wird das Fleisch da drum ran Und heruntergezehrt So, das ist ein etwas aggressiverer So, aber den haben wir auch Legendärer wilder ghoul Palünderer Was haben wir denn da Schindrüstung Rechtes Bein Ja Verleiht mir Energy Und Schadenresistenz Sehr schön Und Kronkorken Wir haben Kronkorken gefunden So, und jetzt geht es hier wieder weiter Also diesen Durchgang Den finde ich irgendwie Nonsens Der ergibt nicht wirklich viel Sinn Okay Jetzt wird es wieder lustig Ah, da hören wir die ganzen Geräusche wieder Schauen wir da So, dann geht es hier nach oben Das kennen wir da schon Hoffe ich zumindest Hier oben war doch ein Wanderer Genau, da ist er auch schon Und hier oben ist es wieder so Dass ich wieder die ganzen Treffer als erstes kassiere Vor allen Dingen Weil ich wieder so rumlofe hier Gutschi, Gutschi, Gutschi Genau Ja, so schnell ist man ja Müller dann nicht Was ist mit deinem Arm Ey, dass die so schnell sind Das ist doch abnormal Superkleber Ja Gut, jetzt geht es wieder hier lang Ich glaube Ich glaube viel mehr war hier nicht Das war noch unten der Leuchten Aha So, machen wir einfach so Was soll es hier So, Waffenkammer Terminal Was war denn da hier? Ich weiß nicht Wie ist das hier an dem Meer? Passwort erforderlich Türfernsteuerung Tür verriegeln Nö Ich kann offen bleiben Auch für zukünftige Generationen Nix, 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 nix Nix Transferos Da ist das Radio Das rauscht nur Das ist nicht schlimm Rauschen des Radios Erglaubt Das ärgert mich dann bei YouTube nicht Mit der Musik Filtergeschichte Da hoffe ich immer Wirklich, dass es Irgendwann mal Zu allgemeiner Kulturgeschichte wird Alles Äh Da haben wir wieder Die Story gehabt Mit der allgemeinen Kulturgeschichte Ja Hm Bei irgendeinem Musste ich runterspringen Weiß es noch nicht Welcher das war Weiß nur Dass hier Jet Drinnen ist Jet brauchen wir nicht Ich weiß Dass hier ein Ghoulie ist Wo der Ghoulie liegt Denn die Äpfel Brauche ich nicht Ist alles Nicht so wichtig Dann haben wir hier Wieder was Schöne Da war Wieder was Tolles Drinnen Mit der Emalia Eimer So wie ist der komisch Gewesen Der ist doch sehr komisch Der war mir dann Der war dann doch sehr Passiv Hier Flasche Das Palettenkleid Nehmen wir mal mit Wir brauchen ja Stöffling Sonst würde ich das Nicht unbedingt mitnehmen Knochen Hier ist nochmal ein Ghoulie Den hat es auch gerissen Ja Ist hier schick 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 Das läuft doch mal Wenn es mal läuft Dann läuft es Weil läuft Okay Die Stöfflinge kann ich Leider nicht mitnehmen Das kann ich ohne mitnehmen So was haben wir hier noch Nicht 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 Ist denn da noch was zu holen Ein Infusion Beutel Stimpack Ja Nehmen wir gerne mit Der typische Fixer Paradies Okay Dann können wir mal hier runter Da hinten ist nochmal der Große So der kriegt dann gleich was mit der Schrotflinde verpasst Er hat Pesch gehabt Hallo Leuchten Na Ja Ja Das war es dann wohl Und sowas wie das war Nehmen wir mit Nehmen wir mit Nehmen wir mit Nehmen wir mit Und auch das nehmen wir mit Der sieht dann nochmal sehr gulig aus Okay Der hat sich noch nicht mal von der Schrotflinte in der Nähe Wachrütteln lassen Also das ist dann doch schon sehr passiv Passiver geht es fast ja nicht mehr Truhe Da ist nichts drin Hier Was haben wir da Auch nichts mehr Es geht es nur da darum Zu gucken Ob ich irgendwas Noch verpasst habe Aber im Allgemeinen Sieht das hier Hoppala Haben wir da Terpentin Der Terpentin nehme ich mit Ich dachte es wäre Fressen Oder sowas wieder Radioaktives Fressen Solange ich das Essen Insgesamt Irgendwie nicht Entradialisieren kann Ich weiß das nicht Da ist noch einer Raumwolgan Ja Jetzt übersehe ich Die armen Gule noch hier Mann 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 Kühler Bleibt doch mal Ein ganz schön kühler Das finde ich schon ein bisschen Komisch dann Also so sollten sie Wie es ein bisschen Reagieren Ein bisschen Reaktion Wäre nicht schlecht Entweder sind sie so Überreaktionsfreudig Dass sie so schnell Angesprungen kommen Dass man Hoppala Ähm Gar nicht die mitbekommt Dass die dann auf einmal Da sind Oder Die sind so Ultra passiv Dass man gar nicht mal Weiß Warum Achso den hatte ich schon Wollen wir doch mal gucken Ob ich hier irgendwas Noch verpasst habe Den habe ich Den habe ich Ja das war es schon wieder Halt Nicht ganz Jetzt war es Eine Verwendung Ach ich weiß Eine Menge Verwendungen Weißt du Das geht ja nur so ab Mit Verwendung So Wir können Die freundliche Stätte Verlassen So einfach ist das Los Gut Ähm Ja wir müssen wieder Die Tür hier öffnen Danke sehr Tür öffnen Na Willst du Willst du Nicht Darfst du Darfst du Nicht Er weiß es noch nicht Genau Okay Jetzt muss ich überlegen Von welcher Seite Wir gekommen sind Wir sind von der Seite gekommen Ähm Ich muss mal gucken Ob ich mittlerweile Doch was stöffliches Habe Dann können wir Dann können wir Nämlich Oh mal Grundstier Hm Keine Ahnung So wo war unser Stützpunkt Da Was wollten wir bauen Wasserfilter System Was Und irgendwas anderes War hier noch Schauen wir noch mal Was brauchten wir Wasser Wir können den sogar Bauen Jetzt gibt es erstmal Wasser hier So Bam Der sitzt Muss ich mal gucken Ob ich den Strömling Von hier Verbinden kann Tatsächlich Es geht Muss kein Zwischenteil Bauen So Wir haben hier Leute Wir haben Essen Wir haben Wasser Wir haben Energy Wir haben Schutz Wir haben Betten Und wir haben Moral Ja Wow 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 Was für ein Kau Jetzt gucken wir noch mal Nach Grey Garden Wir gucken noch mal Nach Grey Garden Uh Uh Hallo Grey Garden Schau mal mal nach Wie es den Am Grey Garden So ergeht Es geht's Es ergeht dir mit einer langen Ladezeit Sie wird episch Sie wird anhalten Ne da ist er Gut Ähm M M M M M Wer M sagt muss um sagen Ne Ähm Wir sind noch nicht im Baugebiet anscheinend Ja 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 So Wir haben Schutz 40 Betten 2 Ich muss mal gucken Ob wir hier Betten Hinkriegen Betten werden ja nicht mal so schlecht Oh wir kriegen 4 Betten hin Oder 7 Wir nehmen 7 Betten Wir machen 7 Betten hin Die machen wir jetzt übernach Die machen wir jetzt übernach Haben wir es Betten Okay wir haben Betten So wir haben jetzt neun Betten Das ist okay Stöffling läuft Das heißt wir werden hier nochmal ein bisschen Schutz bauen Schutz 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 Das ist nur zu eurer Sicherheit Das ist nur zu eurer Sicherheit Vertraut mir Hoppala Ah Mann So Das ist nur zu eurer Sicherheit So Einer hier noch Ähm Einer hier noch Bin am Überläschen Ob wir noch einen hier hinsetzen Ich weiß auch nicht immer von wo die kommen Aber egal So Es würden hier noch Zahnräder fehlen Theoretischerweise Das war mein Problem Mein Problem waren immer die Zahnräder Gar nicht mal die Klebergeschichte So Wir haben Ähm Betten Betten haben wir da Schutz haben wir da Betten haben wir da Wasser Ja Ähm Die Frage ist Kriege ich hier auch noch eine richtige Wasserfacility Hier eine große Hier sieht es nicht danach aus Und zum Wasser kommen wir nie runter Das heißt eine super Wasserfacility kriegen wir hier nie hin Was da ein bisschen schade ist Weil Äh Ich muss mal gucken Ob wir hier noch eine Wasserpumpe hinkriegen Wasserpumpe Wasser Wasserressourcen Wasser Genau Okay Haben wir Dann können wir mal hier raus Dann werde ich mal gucken was ich noch recyceln kann So gehen wir einmal hier hin Gehen einmal hier rauf Gehen aufs Inventar Jetzt geht es wieder los Oder auch nicht Kommst du hier her oder nicht Okay das will wieder nicht klappen Nochmal hier rein Jetzt geht es wieder Ich weiß nicht warum manchmal Äh diese Steuerungstasten funktionieren oder nicht funktionieren Keine Ahnung woran das liegt So Automatikpistole Kampfgewehr Vorschlaghammer Das Ding ja auch Und das Ding Eins Zwei Drei Hä Ach der Baseball Schläger habe ich hier noch drin Ich wundere mich schon Hä Wo mache ich denn so viel Zeug Jut Palettenkleid Problemlöser Das hat ein Sternchen Und das hat auch ein Sternchen So viel zum Thema Ähm Für Recycling So viel ist das nämlich dann gar nicht So recyceln wir mal das Jetzt hätte ich dann direkterweise wieder Zahnräder Dann haben wir nochmal Was hier Okay Dann nochmal die Pistole Hier Schrauben Dann gibt es hier auch nochmal Juhu Schrauben Hier gibt es Stöffling Und Das War's Sehr schön Gut das heißt wir werden die Ressourcen einmal hier reinklappen Beziehungsweise mal gucken Ob Hey Piper noch was hat Das weiß ich nämlich jetzt gar nicht Achte nicht auf die Unordnung Nö Piper hat gar nichts Ah Okay So Transfer Gesamten Schrottlagern Schrott Munition Diverses Hilfsmittel Nuka Cola Weg Verstrahltes Blut weg Superbomben Weg Was haben wir denn noch Hier Mein Diverses Meine Munition Mein Inventar Der Baseballschläger Kommt weg Und Äh 1 2 3 Hier die Lasermuskini Quatsch Nö das ist es doch Kleidung noch Genau Der hier Und der hier 138 Gewicht Damit kann man leben Da nehme ich mir mal aufbereitetes Wasser Yes Dann haben wir aufbereitetes Wassermenge 67 Ja damit Damit komme ich leben Juhu Gut Passt Wackelt Hat Luft Sehr schön So Dann werden wir mal die Quest Abgeben Das sind jetzt zwei Stationen Sozusagen die wir springen Einmal hier hin Dann geben wir sie da ab Dann müssen wir ja auch beim Hauptstützpunkt wieder abgeben Also wir geben von einem Ort zum anderen ab So Grey Garden Gilt jetzt offiziell als Aufgebaut Behaupte ich mal Wir haben da Essen ohne Ende Wir haben da Trinken ohne Ende Wir haben da Ganerie ohne Ende Und wir haben Schlafmittel ohne Ende Also So Bettenzeug Das läuft So radioaktive Blitze Gefällt mir nicht Das heißt wir werden uns mal beeilen Ich hab diese lästigen Tue erledigt Hab ich gemacht Es sind großartige Neuigkeiten Ja So Danke So Menü Wir werden mal gleich weiterreisen Ähm Ne irgendwie will er noch nicht Kriege ich ein Update So da habe ich ein Update Hoppala Ähm Dann geht es jetzt hier hoch Okay Ja So ist das manchmal Von einer Sache zur anderen Rucki zucki Level 44 haben wir mittlerweile Fällt mir so auf Mensch Wo ich das hier gerade mal so sehe Mich darauf mal konzentriere Sechs Level Und haben wir Level 50 Das Ding soll ja hier irgendwie Unendlich levelbar sein Die Frage die sich natürlich jetzt stellt Die ich jetzt nicht weiß Ist wie viel Level maximal man haben kann Damit alle Skills da sind Und was Leveln danach noch bringen würde Wenn man danach noch levelt Hm So hier ist ein Händler unterwegs Wo ist die Person Ist sie das Nö das ist Murphy Nö Da schläft doch jemand Hm Und hier ruckelt es gerade wie sauer Und ich weiß nicht warum Gut Ich habe die Gule erledigt Die der Siedlung so viele Probleme gemacht haben Ja Na was los Steh mal auf Hättest du auch im Sitzen machen können Du musst dich nicht komplett aufstellen Das freut mich zu hören General Ist schwer genug hier Da sollten sich die Leute Nicht auch noch um Gule Sorgen machen müssen Nö Ich hab da noch was Das ich mit dir bereden muss Okay Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten Die von Raidern bedroht wird Klingt als hätten sie es mit Raidern zu tun Das ist eine gute Gelegenheit Allen zu zeigen Wie viel einfacher es ist Wenn wir zusammenhalten Ja soviel zum Thema Raider Die wird von Raidern bedroht Ich glaube wir haben mit Raidern zu tun So Wir machen aber erstmal was anderes Wir machen als erstes Verteidige Kinderkrippe Das ist aber der falsche Wir nehmen uns die Mission noch mit Die haben wir jetzt nicht bekommen Kann ich was für dich tun Ja 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 Folge mir Nichts Okay Oh ja okay Oh ja So Das heißt Wir springen mal da runter Das ist wieder eine Kinderkrippe War das eine Kinderkrippe? Verkreidige Kinderkrippe bei Green Top Jo Kinderkrippe Na So Und Go Kinderkrippe Ja Das sind die Texturen Die hier laden Seht ihr Jetzt würde gleich Die Texturen schneller da sein Oder kurz vorm Ende des Ladescreens Und dann sind wir wieder weiter Ich brauche wirklich mal schnellere Harte Ja das ist echt übel Gerade bei solchen Spielen Es gibt ja viele Spiele Die Spiele Wo das ganz locker geht Aber hier merkt man das da schon So da sind die Texturen jetzt da Ja Da sind die Texturen Und die Bump Map Die Bump Map ist auch da Ist das nicht nett? So Dann komm mal her Hallo Siedler Ja 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 Ganz genau Was für Probleme gibt es hier? Ein paar Raider haben uns bedroht Und wollen Vorräte von uns haben Jetzt wo die Minutemen uns beschützen Haben wir ihnen gesagt Sie sollen sich verziehen Sie schienen aber nicht allzu beeindruckt davon zu sein Sie meinten sie würden mit ihren Freunden wiederkommen Um ein Exempel an uns zu statuieren Wir sind keine Soldaten Hoffentlich kannst du uns helfen Eine Verteidigung aufzubauen Bevor es zu spät ist Mhm Jo 100% errichtet Haben wir Das heißt das müssten die gleich kommen Ich kann ja mal gucken Ob ich noch an Spaß Und zwar noch weitere Gunneries aufbauen kann Wenn wir schon mal dabei sind Geschütztürme Ne können wir nicht aufbauen Okay Betten 12 Okay müssen wir uns gleich auch drum kümmern So wo bleiben die? Die kamen von der Seite Wenn ich mich nicht richtig entsinne Wenn du was möchtest Scheiße Wissen Ich war So So Den haben wir So Jetzt machen wir erstmal Pflicht der Füße Um damit Ähm Punkte aufladen Ja 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 Da hat was explodiert Warum auch immer So Du kommst auch als erster Nähe hier ran So Den hat es auch gerissen Ja die haben ja ein schönes Leiden Die Raider Der hat den Selbstauslöser gehabt Oh Hilf uns Damit wir uns verteidigen können Ja ich bin doch schon dabei Ja So jetzt will ich erstmal hier looten Raider Ödländer Ist der denn noch Ena oder was? Besser eins ist der da So dann wollen wir den mal machen Ja wir nähern uns von hinten ran Kommen den hier mal an den Schädel ran Bumm 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 Den hat es gerissen Jetzt gehen wir mal sicherheitsauf Abstand Weil der explodiert auch wieder Ja Der explodiert Haben wir doch gut gesehen Dass der explodiert Warte So Da bleibt aber von denen echt nicht viel über Das ist aber sehr blöd Ja natürlich haben wir das geschafft So warte mal Der hier noch Den nehme ich dafür komplett mit So danke Gut okay Haben wir Da müssten wir Wir dann wieder abgeben Warten wir aber mal kurz Solltest du es dir mal ansehen Ja Ich war aber schon in Grey Garden Weißt du Laborstation Nee Gut Inventory Kleidung Jetzt wollen wir mal kicken Ja Wir haben eine Lederkombi Kann raus Lederhelm Kann raus 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 Das sind die XP Äh XP Die Dinger Ähm Ja wisst schon Storyteile Die Machete kann raus Das kann raus Und Das kann raus Und Das passt Dann gehen wir in den Baumodus Schubidu Recyceln Das geht hier nicht Jutta Geht noch zu lagern Toller Müll Pfff Okay. Aber die können wir recyceln. Ja. Und hier nochmal eine Mariete. Jo, passt. Das nächste, was wir bauen wollen. Wie gesagt, wir waren Betten-Geschichte. Betten, 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 Betten. Möbel. Jo, machen wir auch hier mal Betten, Betten, Betten. So, machen wir mal Betten. Die packen wir dann auch wieder hier übereinander. Eins, zwei, drei. Oh, da machen wir einige jetzt. Machen wir aber so 25 Betten haben und dann passt das schon. So. So mit O, nicht mit E. Sonst wäre es ein C. Gut, Wasser brauchen wir noch. Wir brauchen noch Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Ja, 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 ja. Wasser. Wo haben wir es? Hier. Wasser. Äh, 45 Dinger kann ich davon bauen. Ja, wenn ihr so Wasser gerne mögt, dann kriegt ihr von mir Wasser, weißt du, ey. Ey, das kann ich ja auch hier. Hä, was ist das? Das ist ja alles so ein, so ein Schnonsen. So, Wasser. 30 Wasser, 16 Leute seid ihr. Hä? Taugt oder taugt? Der taugt, hä? So, wir haben... Scharott lagern. Scharott haben wir nicht. Munition haben wir nicht. Haben wir nicht, haben wir nicht. Aufbereitetes H2O. Bro, habt ihr natürlich nicht, äh, weil ihr vorher zu wenig hattet. Hä, hä, hä. Äh, haben wir denn noch Leute, die unterbeschäftigt sind? Kicken wir mal. Unterbeschäftigtes Personal. Hier ist ein Händler, würde ich sagen. Sind dahinter noch, was? Nö, nö, nö. Mhm, mh, mh, nicht zugewiesen. Nicht zugewiesen. Und nicht zugewiesen. Nicht zugewiesen. Nicht zugewiesen. Ja, wisst ihr, was das bedeutet? Ich baue ja euch Plünderstations hin. Sechs Plünderstations machen wir. Wo machen wir die hin? Wo machen wir die hin? Wo machen wir die hin? Wir machen die hier hin. Genau. Äh, machen wir sie hier hin. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Na? Was ist los? Zwei. Drei. Danke sehr. So, jetzt wird zugeordnet. Äh, Numero Uno. Klar. Klar. Numero Duo. Ja, sie versteht. Numero Du. Trei. Quattro, quattro, che. Trei, 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 trei. Ja. Aber absolut sicher. So, was haben wir denn noch hier? Der hier. Guck mal her, ne, 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 weglaufen. Nicht weglaufen. Hä? Warte mal. Escape abwischen. Eine Sache solltest du wissen. Leg dich nicht mit der alten Irrenanstalt an. Sogar die Raider halten sich von dort her. Die Irrenanstalt. Da sind wir doch mal vorbeigelaufen. Ich glaub, die machen wir dann mal. Hahaha. Irrenanstalt. Selbst die Raider machen da vor Ort. So, haben wir auch zugewiesen. Was haben wir denn noch hier an Personalien? Ne? Das ist doch hier. Zwei Personalien noch. So, du auch. Genau. Hier hin. Danke. Hm. Ist da was? Oh, hier kann ich noch was recyceln, seh ich. Keine Ahnung. Ist der jetzt da hier wachsen, oder? Wachsen hier Bäume. Wachsen hier. Hey. Lass mich mal hier durch. Wachsen hier die Bäume auch? Oder war das gerade einfach nur Zufall, dass da mal was war dann? Gut. Passt, passt, passt. Passt, Gunnery passt. Ähm. Schön nach außen. Ah. So, auch schön nach außen. Du bist jetzt direkt dabei so neugierig geworden, ob ich hier noch was zu recyceln habe. Na ja. Die stetige Neugierde. Die immer wieder fasziniert. So, okay, haben wir. Genau. Der ist schon zugewiesen. Hier ist nichts zum Recyceln mehr. Das war, glaube ich, nur so ein Teil, was ich wohl übersehen habe. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das sah sehr nach übersehen aus. Das war sowas von übersehen. Dann nehmen wir mal auch den hier mit. Eins, zwei. Haben wir jetzt noch eine dritte hier? Schau mal. Hier ist eins. Da sind drei. Okay, dann ist das so. Soll mich nicht stören. So, hier haben wir noch mal eine Brahmin-Dinge. So, haben wir jetzt noch einen, da uns zugewiesen ist? Hier ist noch einer uns zugewiesen. Ein uns zugewiesen, oh Gott. Mein German is what for the runaways. It's so a runaway. Na? Kriegst du hier hin? Danke hier. Wer ist? Wo ist der Unzugewiesene? Hier ist er. Du darfst. Hier ran. So, jetzt müssten so theoretischerweise alle in Arbeit sein. Ne, der hier nicht. Und der hier auch nicht. Okay, weiß ich nicht. Soll ich jetzt noch eine Plünderstation bauen? Zwei Plünderstations noch? Ich weiß nicht. Können wir ja machen. Dann machen wir noch mal zwei Plünderstations. Aber dann haben wir wirklich Plünderstation en masse. Das ist sowas von geplündert, die Station. Dann sollten wir hier Material rankriegen. Dann sehen wir dann eigentlich daran, dass diese Station auch schon mehr oder weniger sowas von durch ist. Jo, wo sind die Kerle? Wo ist das arbeitslose Volk hier? Komm, ich mach ABM für euch. Komm. Hier war es nicht. Hier, der hier war es. Nicht zugewiesen. Du darfst da ran. So, wo ist der andere? Wo ist der andere geblieben? Hier, der ist der Händler. Zugewiesen, zugewiesen, zugewiesen. Der hier. Ha! Also. Yes! So, jetzt haben wir hier echt, ähm... Echt was am Laufen. Ich werde es jetzt noch mal übertreiben. Ich will es noch mal übertreiben. Da, das, da, 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 da. Hier haben wir Zahnräder. Zahnräder ohne Ende. Die haben wir hier schon. Hey Gott, ich sollte nicht singen. Ich versuch's aber immer wieder. Ich weiß nicht warum. So, wir kicken. Hier, eh mal. Zweimal. Dreh mal. Da will er nicht. Warum auch immer. Das ist die weniger schöne Ecke hier sozusagen. So, okay. Das läuft. Ähm, theoretischerweise könnten wir auch mal aufs Dach steigen. Da kriegen wir auch noch hin. Ja, ich hab jetzt wieder tierisch überzogen. Ja, ja, ja. Ich weiß, ja, ja. Das... Aber egal. Das mach ich jetzt doch hier. Äh, Holzer. Will nur noch mal aufs Dach steigen. So. Okay, da kommen wir aufs Dach. Weil, wenn ich dann wieder Material habe, dann will ich nämlich hier auf... Nochmal. Wenn ich dann Material habe, dann will ich nämlich hier auf dem Dach, äh... Gunnery spawnen. So sieht das hier auf dem Dach mal aus. Schicke Nummer. Haben wir vielleicht sogar rein zufälligerweise Gunnery? Haben die schon was geplündert? Ne. Was fehlt denn? Schaltkreise fehlen. Ja. Dann gebt euch beim Plündern mal Mühe für Schaltkreise. Kann ich denn hier reinfallen ins Dach? Nö, wa? Nö. Das ist safe, obwohl es gar nicht so aussieht. Gut. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bleibt soweit gesund. Lasst euch nicht ärgern. Und in dem Sinne... Ciao, ciao. Bye, bye. Und, äh... Cheerio. Und, äh...